Klaus Rosenfeld, der Chef des Automobilzulieferers Schäffler, macht eine knallharte Abrechnung mit der deutschen Politik und weiterhin sagt er, unsere nächsten Werke bauen wir in Amerika. Was das für Folgen für Deutschland und uns alle hier haben wird, darüber sprechen wir heute im Video. Moin zusammen, wenn du neu bist, mein Name ist Olli, herzlich willkommen, lass gerne ein Abo da, check gerne nochmal die Glocke, ob sie aktiviert ist, damit ihr kein nächstes Video verpasst. Viel Spaß beim Video. Im ersten Schritt, wer die Firma Schäffler Deutschland nicht kennt, ist einer der größten Automobilzulieferer, nämlich auf Platz 4, dicht gefolgt direkt an Bosch und Conti beispielsweise. So und dann sind wir hier auf der Seite und wir gucken uns erstmal an, was für Produkte machen die. Man sieht das ja hier schon, sind so einige Sachen da und die haben angefangen, ja machen wir es so, die haben angefangen geschichtlich Kugellager herzustellen. Kugellager herstellen war hier 1883 mit der von Friedrich Frischer konstruierten Kugelschleifmaschine, das erstmal in größeren Stückzahlen und in einer Gleichmäßigkeit möglich, diese Kugeln herzustellen. Also wieder mal genial, was sich da einer überlegt hat, da so eine Kugelschleifmaschine zu basteln, was man heute so als alltäglich und normal annimmt, musste sich ja irgendwann mal jemand ausdenken. Und da finde ich es immer wieder toll und bin ich auch ein bisschen stolz darauf, dass das dann aus meinem Heimatland kommt. Man sieht dann hier zahlreiche Patente, Weiterentwicklungen, alles mögliche, hier auch zum Beispiel Entwicklung des Nadelkäfigs durch Dr. Georg Schäffler und so weiter und so fort. Also wirklich eine tolle Historie, wirklich das, was Deutschland groß gemacht hat. Ein tolles Unternehmen, die weiterhin in Deutschland investiert haben, die aber sich dann hier auch zum Beispiel in verschiedenen anderen Ländern aufgebaut haben, groß gemacht haben, zu einem Weltkonzern geworden sind. Andere kleinere Firmen, hier zum Beispiel die Atlas Fahrzeugtechnik in Verdol aufgekauft haben, den Mitarbeitern dort weiterhin auch einen Job ermöglicht haben. Weiterhin ist auch die Frau Schäffler selbst mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden, weil man stellt natürlich auch mit so einer großen Firma über Jahrzehnte hinweg einer Existenz, nämlich einem Menschen, einen Arbeitsplatz zur Verfügung. Und sowas gehört anerkannt, meine Meinung nach, ganz klar. Und wenn wir uns dann nochmal in den Produktbereich hier reinklicken, sehen wir das nämlich für Automotive, sprich für Autos und alles, Aftermarket-Technologien, Industrie, Sondermaschinenbau, also wirklich eine ganz, ganz breite Palette. Und wenn man sich überlegt, dass man bei den kleinen, einfachen Kugellagern angefangen hat, ist das aber jetzt zu einem Weltkonzern groß geworden mit einem Umsatz hier von 13,9 Milliarden Euro, wie es hier angegeben wird. Und sehen wir nämlich hier eine Mitarbeiterzahl von über 82.000. Und unter der Aktiengesellschaft firmiert das Ganze seit 1982 so erfolgreich. Die Frau Schäffler gerade selber hatte ich ja auch angesprochen. Wir sehen hier allerdings einen kritischen Artikel aus 2020. Die Schäfflers ein Familienvermögen verdunstet, weil sie eine Grundregel missachten. Und die haben nämlich hier den Spitznamen 2020 schon bekommen als größte Geldvernichter, weil die in den letzten Jahren sehr, sehr oft kein Glück mit ihren Investitionen hatten, wie es nämlich hier heißt. Aber nichtsdestotrotz, das Vermögen der Familie Schäffler wird hier auf circa 35 Milliarden Euro geschätzt. Ja, ob du jetzt 40 Milliarden hast oder 35 Milliarden, ey, ganz ehrlich, das wäre mir sowas von Latte. Ja, und dann wirklich ganz interessant ist die Nachricht von 2021, sehen wir hier in der Unternehmensgeschichte. Schäffler investiert rund 80 Millionen Euro in ein neues Zentrallabor in Herzogenaurach und die Fertigstellung ist für das Jahr 2023, also dieses Jahr geplant. Und das divisionsübergreifende Zentrallabor bietet auf einer Bruttogesamtfläche von 15.000 Quadratmetern zum Beispiel für 15 Laboren und mehr als 360 Mitarbeitern Platz, heißt es hier. Aber dann habe ich ein interessantes Interview mit dem Geschäftsführer, dem Chef Klaus Rosenfeld von Schäffler gelesen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Das ist nämlich, da sehen wir es auch in der Titelzeile bei der Welt, das interessante Zitat geäußert worden. Das ist nämlich so eine Investition wie gerade von den 80 Millionen. Ich glaube persönlich, dass das nicht mehr stattfinden wird, denn er sagt hier ganz klar, unsere nächsten Werke bauen wir in Amerika. Und ist das nicht interessant, dass so viele Firmen in Deutschland mittlerweile sagen, nee, in Deutschland, da investieren wir nicht mehr. Nein, in Deutschland, da sehen wir unsere Zukunft kritisch. Wir sehen das eher positiv beispielsweise in den USA, in der Türkei oder auch in anderen Ländern außerhalb der EU ganz häufig. Oder eben auch China, wie BASF beispielsweise es sagt. Ja, der Herr Rosenfeld geht nämlich hier wirklich knallhart mit der aktuellen Politik ins Gericht. Zumindest bedingt, aber da komme ich gleich drauf. Aber in einem ganz klaren Punkt wird nämlich hier gefragt in dem Interview, bekommen Sie noch Aufträge für Verbrennerprodukte? Die klare Antwort, ja klar. Leute, was will man dazu großartig sagen? Natürlich, denn er sagt hier, es ist eine europäische Utopie zu glauben, dass die Leute in naher Zukunft überall elektrisch fahren werden. Im globalen Süden wird man noch lange Jahre Verbrenner brauchen. Außerdem sind weltweit etwa 1,5 Milliarden Autos auf der Straße, die auch wir mit Ersatzteilen beliefern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein riesengroßes Feld. Gerade in anderen Ländern, wisst ihr, in Deutschland herrscht doch diese Wegwerfmentalität. Klar, beim Auto jetzt nicht unbedingt, aber oftmals ist es doch so, nee, Reparatur lohnt sich nicht mehr. Warum? Weil es zu teuer ist. Also wirklich finanzieller gesehen, weil die Ersatzteile sehr teuer sind, weil die Arbeitszeit sehr teuer ist. Durch Steuern beispielsweise, die auf den ganzen Kosten drauf sind. Dementsprechend könnte man es doch deutlich attraktiver machen. Aber nein, was passiert? Wir geben gute Fahrzeuge weg, die gehen nach Polen, wo sie günstiger repariert werden, irgendwo sonst in den Ostblock oder direkt nach Afrika, wo die Jungs die Kisten unter den ganz krassen Bedingungen, wirklich in der Wüste, sag ich mal dazu, reparieren. Und die fahren dort noch Jahre, teilweise Jahrzehnte problemlos und sicher weiter. Aber nein, Deutschland hat das ja nicht nötig. Wir sind ja ein reiches Land, wie wir wissen. Und weiterhin sagt er hier, dieser Umsatz wird irgendwann sicherlich abnehmen. Wir pushen daher die Investitionen ins E-Mobilitätsgeschäft. Aber wir stehen auch bereit, um den Verbrenner effizienter zu machen. Das eigentliche Ziel ist es ja nicht, Verbrenner gegen Elektroautos auszutauschen, sondern den CO2-Ausstoß zu senken. Und der Mann ist wirklich ein Klardenker, wie ich persönlich finde. Denn er sagt ja wirklich den genauen Punkt. Nur er macht die Rechnung wohl offensichtlich fernab der Grünen. Denn die Grünen möchten doch wirklich komplett den Austausch der Verbrenner. Ansonsten würden wir nicht über eine Situation diskutieren, dass 2035 jegliche Verbrenner in Deutschland nicht mehr neu zugelassen werden dürfen. Und dazu passend ist nämlich auch noch diese Nachricht hier. Was hat Schaeffler nämlich schon gemacht? Schaeffler baut wegen E-Mobilität 1300 Stellen ab, wie angekündigt wurde. Das ist nur die logische Konsequenz. Denn wenn man sich überlegt, wie viele tausend Einzelteile ein Verbrennermotor hat, im Vergleich dazu mit einem Elektromotor, ist es ja nur klar, dass da immense Umsatzeinbußen bei diesem Konzern folgen werden. Auch trotz dessen, wenn er ja gerade argumentiert hat, der Herr Rosenfeld, dass er sagt, ja, wir liefen ja mit Ersatzteilen und allem drum und dran. Das reicht natürlich nicht aus. Irgendwo müssen Einsparungen gemacht werden. Und dementsprechend im Dezember letzten Jahres hieß es ja dann auch Bereich, wir sollen es wieder ausbaden. 750 Schaeffler-Mitarbeiter protestieren gegen den Stellenabbau. Ja, das wird vielleicht ein bisschen verhindert, ein bisschen weniger oder ähnliches könnte ich mir vorstellen. Aber eine komplette Aufhalten davon, das ist nur durch einen Politikwechsel meiner Meinung nach noch zu kippen. Nächster Punkt, der dazu passt, Schaeffler kauft bei VAR Solarpark ab. Ganz interessant, die kaufen sich einfach mal, weil sie die finanziellen Mittel dafür haben, einen eigenen Solarpark und möchten damit 10% ihres eigenen Strombedarfes decken. Und dazu gibt es nämlich auch noch diese Nachricht dann hier in Franken.de. Schaeffler sichert sich Strom aus Windkraft. Das hat der fränkische Autolieferer damit vor. Das ist die einfache Unabhängigkeitsplanung, sage ich mal dazu, wenn man den Standort Deutschland weiterhin halten möchte, um nicht von Robert Habeck und diesen utopischen Ideen abhängig zu sein. Denn hier vom volatilen Strommarkt wollen sie unabhängig sein, wie es genannt wird. Und darauf wird der Herr auch in dem Interview wieder angesprochen. Dann heißt es nämlich von der Welt, sind sie mit der Energiepolitik der Ampelregierung so unzufrieden, dass sie sich selbst helfen müssen? Und jetzt sagt er, sich erstmal selbst zu helfen ist immer richtig. Das, was wir bei den Energie- und Gaspreisbremsen gesehen haben, hat uns nicht überzeugt. Also wirklich ein Gentleman, muss man hier klar sagen, dass er keine härteren Worte findet, finde ich schon ein bisschen krass. Und dann sagt er weiterhin, das ist keine schaefflerspezifische Sicht. Auch andere Unternehmen sagen, uns helfen die Maßnahmen nicht. Vielleicht brauchen wir die Hilfenden auch gar nicht. Und das spricht einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Das, was den Unternehmen hier gut tun würde, wäre weniger Regulierung, weniger Regeln, weniger steuerliche Abgaben. Das wäre sinnvoll. Aber was passiert hier? Immer mehr Bürokratie, immer mehr Unsinn, immer mehr Regulierung. Bei der nächsten Aussage muss ich dem Herrn wirklich vehement widersprechen. Denn er versucht das Ganze, so empfinde ich, das ein bisschen zu relativieren. Er wird nämlich hier auf die Deindustrialisierung in Deutschland angesprochen und passiert die schon. Und da sagt er, Zitat, ich sehe das nicht so dramatisch. Habt ihr das gehört? Er sieht die Deindustrialisierung in Deutschland nicht so dramatisch, wie es immer dargestellt wird. Wir haben die, und jetzt kommt aber der Gegenspruch. Deswegen verstehe ich nicht, wieso er das nicht so dramatisch sieht. Denn er sagt selber, wir haben die höchsten Energiepreise, langsame Planungsverfahren und es fehlt eine durchgängige Rohstoffstrategie. Ich würde noch weitergehen, wir haben die höchsten Steuern, die die Unternehmen belasten, genauso wie auch die Menschen, die Mitarbeiter in diesem Land. Genauso haben wir auch die schlechteste Energieverfügbarkeit in diesem Land. Sonst wäre sein Unternehmen nicht hingegangen, hätte jetzt hier in Solar- und in Windkraftenergie investiert, um sich selber davor zu schützen. Die Punkte hat er dann nicht aufgeführt. Und er sagt dann weiterhin, es gibt viele Dinge, die man kritisch sehen muss, Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir super ausgebildete Arbeitskräfte haben, sehr innovative Unternehmen und einen starken Mittelstand. Absolut korrekt. Natürlich, wir haben sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte. Noch. Wir haben sehr innovative Unternehmen. Noch. Wir haben einen starken Mittelstand. Noch. Der schon langsam am Bröckeln ist. Sieht er offensichtlich nicht. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Das kann ich nicht nachvollziehen. Er sagt hier, statt zu klagen, sollten wir alles tun, um die Deindustrialisierung zu vermeiden. Ja, da bin ich wieder komplett d'accord bei ihm. Aber das sehe ich nicht bei den Unternehmen oder ähnliches. Sondern da sehe ich ganz klar die Ampelregierung in der Verantwortung, die das nämlich zu verantworten hat. Und man muss es doch hier wirklich ganz klar sagen. Der Herr ist, glaube ich, 56 Jahre alt, führt einen riesengroßen Weltkonzern mit einem milliardenjährlichen Umsatz. Diesem Mann vertraue ich in seiner Aussage dennoch, trotz dessen ich nicht mit allen seinen Aussagen einverstanden war, deutlich mehr als einem Robert Habeck und jeglichem anderen Politiker aus unserer Ampelregierung gemeinsam. Denn wir sehen doch, was hier passiert. Die Deindustrialisierung ist kein Ammenmärchen, meiner Meinung nach. Er bestätigt es ja selbst, dass sein Unternehmen, nämlich hier, Zitat, Die bestehende Produktion werden wir nicht in den USA verlagern, okay, aber die nächsten Werke bauen wir eher in Amerika. Es besteht die Gefahr, dass Europa der Verlierer diese Umverteilung wird. Und das ist es doch genau, was ich hier immer wieder anmoniere und bespreche mit euch, dass das die Problematik sein wird, in der wir in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Und die Folgen daraus sind fatal. Arbeitsplätze mangeln dadurch mehr Leute im Bürgergeld, dadurch noch mehr steuerliche Belastung. Für die Leute, die hier die Steuerzahler sind, die Nettosteuerzahler. Und das wird uns alles noch auf die Füße fallen. Von hier immer noch der Hinweis, aber keine Anlageberatung auf ein sehr, sehr schönes Sammlerstück, das es jetzt ganz neu bei Kettener Edelmetalle wieder gibt. Und auch letztes Jahr, und das hatte ich euch letztes Jahr auch schon gezeigt, liegt bei 950 Euro, ist nicht wenig, das weiß ich, sind aber hier an der Zahl mehrere Münzen direkt drin, in einer limitierten Auflage von nur 300 Stück. Ist jetzt in der 2023er Version erschienen. Und guckt euch meine alten Videos von den letzten Jahren. Das 2022er lag nämlich ebenfalls bei 950 Euro. Und das hat sich im Preis gerade aktuell einfach mal sehr schön entwickelt. Das wollte ich euch hier an der Stelle sagen. Und guckt es euch gerne an. Wie gesagt, keine Anlageberatung, ihr müsst es selber wissen. Das sind nur meine Gedanken, meine Ideen. Wenn ich jetzt 950 Euro hätte, was ich machen würde. Dementsprechend schaut es euch an, ich verlinke es euch unterhalb des Videos. Dementsprechend, meine Freunde, schreibt eure Meinung jetzt zu dem Thema gerne unten rein. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, unbedingt abonnieren, Glocke aktivieren. Danke dafür, Daumen hoch, bis zum nächsten und ciao.